3, 2, 1! 3, 2, 1! We are gathered here tonight to witness anti-gay march and anti-gay protests. For tomorrow, Sunday 28, there is scheduled a Pride parade. The thing is that gay pride officially is not announced yet. We are waiting for our government officials to announce whether it's going to happen or not. Belgrade's last gay pride march in 2010 resulted in a wave of anti-gay violence across the city. Since then, year by year, every proposed march has been cancelled. The world is cultivating sin, justifying it officially as LGBT. These communities reject the moral principle of the traditional family, and evil is now called the virtue and darkness's life. Why are you against gay parade? That's right, God says, I don't want to eat, but I don't want to eat. What do you think, tomorrow will happen to be gay parade? Yes, and you should do it. Mmm… While we are 노�in' Since the revolution of the guy were made by the greatadanian in the women's office! We came back born in the men's tapes from the women's office! As we came back here, everyone else wanted gay parties to win the women's wedding parade in inicial leagues! All right, everyone else gave $3 million in an office paid queue. This is ill, all right, every. And i've still lowered and paid bills to keep the gay party on our Aristotle since the women's office! Ich bin ein paar Jahre alt. 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 Sie kämpfen für diese Freiheit. Die amerikanischen Porn-Kuß-Nasen filmen, die Porn-Kurse auf allen Ereignissen. Sie sehen, wie es jetzt ein Porn ist. Für 5-6 Jahre wird es eine richtige Nekrofisch sein. In 5-10 Jahren, in Srbien. Ja, wenn wir diese Liste machen würden, wird es eine richtige Nekrofisch sein. Und diejenigen, die hier wollen, mit ihren Leben leben. Deshalb bin ich immer noch Zeit, dass ich heute mit meiner Mutter mit meinem Mann vorangehen, dass ich nicht... dass ein Polizisten hierher schützen kann, einen starken Schaden. Okay. Vielen Dank. Die Marche hat angefangen. Die Regierung hat sich über die Regierung gebeten. Jetzt werden sie die Regierung gebeten. Gebeten! 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 Jetzt ist die Leute schlägt, die Faggots nicht durch die Stadt zu gehen. Und jetzt haben wir den Standoff. Es ist eine starke politische Barriere, um zu gehen um die Regierung. Die Kinder werden morgen umgebracht. Das müssen Ihre Kinder machen. Das ist ein Schmerz. Die Protestanten verhindern, um die Marche zu gehen. Die LGBT-Kommunität wurde in Belgrade geholfen in den ersten Jahren geholfen. Das ist der öffentliche Gebäude der Regierung von Serbien. Und wir sind hier bei Praet. Ich bin sehr glücklich, dass es endlich passiert. Ich habe diesen Moment gewartet, bis ich eine kleine Mädchen war, die herausfinden, dass sie gay war. Wir würden lieber hier und jetzt sterben sterben, als zu verabschieden. Es ist schrecklich. Wir sind recht. Sie sind falsch. Wir sind recht. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir recht und dass wir glauben, dass unsere Recht und dass sie uns nicht gefährden werden. Okay, wenn das gut geht und alles zeigt und sagt, dass es gut geht, ich denke, dass wir eine Möglichkeit haben, zu senden eine klare Botschaft, eine starke Botschaft für den ganzen Welt, dass es eine Stadt offen ist. Es ist die Stadt, die die Unterschiede und die Stadt ist sicher. und die Bürger werden. Diesucagegenste Tatsache ist heute eine Art Schreile. Schlussendlich kennen wir das politische Willen und bereitstehliche Willen. . Ansonsten, ich mich darauf woran, dass es etwas umfassert. Aber auf das andere Seite, ich habe mich nicht auf die Sicherheit mit dem Allgemeinen. �� Allgemeinen. 5, 4, 3, 2 … 1! Ja! 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 Ajmo, 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 ajmo! Be what to do If you see around there is no one inside so but it kind of feeds the purpose when there is no audience around i as though there is no citizens just watching and waving or whatever there is no one to parade for Das ist ein Mensch, die Menschen, die wollen. Wir sagen uns allen anderen Menschen, die in die Angst leben leben. Wir sind eine Seite des Lübavs, die nicht eine Seite des Mörs, sondern eine Seite des Mörs. Oni koji nas ne vole, kažu da nas mrze. To čine ich ključivo is solle slabosti, is neznanha, is solleßania, da su groženi. A sve to negde stvaru nima strah. I zato hvala vam što ste vi, danas, ljubav ovog grada. Koruka koju, kao pojedinac, aktivista i čovjek i građanin, ich trage da pozove mo i desetogodišnjeg partnera. I želimo da vam podarimo jedan poljubac, da vidite da to ni nishta strašan. So, das ist der Follow-up. Die Pride Parade sind in der Tempel von St. Sava, und sie haben angefangen, um die Stadt zu retten, die Stadt nach der Pride Parade und der Sodom und Gomorrah, die ein paar Stunden hier passiert. So, die Parade war endlich in Frieden. Es gab keine Blut auf den Straßen der Belgrade, als die Anti-Gay-Protest und die Gay-Marche endet ohne Violenz. Memorien von Blut-Klashen während der 2010 Parade wahrscheinlich machten viele von der Marche, während ihre Opponenten haben sicherlich gezeigt, dass es kein Platz für Kompromiss gibt. Wir schlagen, die Fläche, die die Fläche. Jetzt haben Sie dir das. Meine Damen, meine Damen, meine Damen und Herren! Als das, 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 als das... Als das, als das, als das...